Der Beobachtungsturm ist immer noch aktiv. Alle Einheiten sind angesiedelt, den Turm zu räumen und zu sichern. Sooo, euiuiui. Geh weg. Ich glaub, ich geh heute mal ein bisschen vorsichtiger. Ja, spring drüber. Oh, ich bin jetzt mal grad gar nicht scharf da unten. Das ist der Beobachtungsturm. Wir müssen rein! Jawohl, Sir. Ah, 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 ah. Drecksratte. Aua, aua. Ja, klug von dir. Das NG zu verlassen. Doch. Das müsste ein paar getroffen haben. Ja, drei Stück an der Zahl. Munition, Munition, Munition. Nein, keine Munition. Jetzt darf ich zurückrennen und mir... Oh, das hab ich schon genommen. Ah, egal. Ja. Ja. Oh, das ist gut. Nein, ich bin jetzt nicht fertig. Mach es nicht. Ich bin jetzt schon kurz. Das ist super einfach. Ich bin hier36-Geräusern. Nein, 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 nein. No, das gibt's ja nicht. Ich beendglaube heute oder in diesem Let's Play keine einzige Mission, ohne nicht einmal zu sterben. Das setze ich mir jetzt als neues Ziel. Sterbe in jeder Mission mindestens einmal. Ach, verdammt. So ein Mist. So. So, das ist der Beobachtungsturm. Wir müssen die Gelben säubern. Schönen Tag auch. Der Beobachtungsturm ist immer noch aktiv. Alle Einheiten sind angewiesen, den Turm zu räumen und zu sichern. Und steh! Steckung! Ein Gelben! Zeigt's Ihnen, Jungs! Macht diese Mistkerle fertig! So. So. Nein! Oh mein Gott. Der geht in die Geschichtsbücher rein. Der war besser. Ich bin geschlafen! Ich bin geschlafen! Ich bin geschlafen! Eieiei, Munitionsproblem immer noch vorhanden. Leider Gottes. Aber dafür clustern sie mich jetzt mit Midi-Packs zu. Geh weg! So, diesmal nehme ich dich aber. Stirb, auch wenn du aufgeben wolltest. Ach Gott, ne Leute. Was wollten ihr jetzt alle aufgeben? Ihr Schisser. Ja. Ja. Das war's für heute.